Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wurkenleak. Ich verpasste immer die irgelhaftesten Sachen von Stefan. Ja, warum von mir? Ja, ne. Ich hab nichts gemacht. Nein. Nein, ich hab auch nicht. Gar nicht. Hat das Fabb-Fabb-Fabb-Geräusch gemacht? Fabb-Fabb-Fabb-Geräusch gemacht. Was ist das? Platsch, platsch, platsch. Was ist jetzt einer auf schwarz und dann sei er weiß am Schnee? Drei, zwei, eins, go. Wer das nicht versteht, sollte sich der Hateful Eight angucken. Genau. Und Kevin sollst du dir auch angucken. Nö. Nö, ich weiß gar nicht, ob es geht, aber... Genau, einfach nö sagen. Nö. Guckst du keinen Film? Selten. Was machst du denn den ganzen Tag? Arbeiten? Keine Ahnung. Guck mal. Unterschiedlich. Handball spielt er gerne. Ja. Er spielt selber, Handball spielt er, er guckt Handball. Nö, spielen tut er auch. Beides, beides. Okay, mach ihn. Leider zu langsam. Ich würde auch gerne Portfol spielen, aber... Da fährst du nicht die Proportionen. Da habe ich weder die Konstitution, noch den Körperbaufel, noch die Möglichkeit. Ach, ich habe einen in meiner Ex-Klasse, wenn man so viel... Ach, verdammt. Heiße. Er war gut, der Ball. Ja. Er war nicht gut, der war quasi drin. Der klein und nicht sehr stark ist, aber trotzdem den Football spielt. Wer? Einen anderen noch. Kennst du nicht. Was für eine Opposition. Weiß ich nicht. Na. Ich weiß, was er spielt. Wahrscheinlich ist er Kicker oder so. Da musst du nichts können, außer gut schießen. Wenn man schießen muss, kann man zu Fußball. Der war mal besser. Könnt ihr mal neben dem Ball treffen? Ja, ja. Der Ball ist nicht verloren, also den brauchst du nicht retten. Was macht denn der da hinten? Also der, der war da am rumtanzen. Also hier mit der kleinen und nicht stark ist, der kann definitiv keine normale Position im Football-Spielen. Ja, die haben die hinten, falls nicht schon professionell, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass er professionell Football spielen wird, oder? Volle. Aber nur wegen dem Geld. Ja. Über den Knochenbrüchen. Und den Fame. Aber nur in den USA. Ja. Und sonst ist es Rugby. Nein! Idiot! Na! Gott sei Dank. Hast du dich gerade selber beleidigt? Hä? Hast du dich gerade selber beleidigt? Und was denn? Was du gerade Idiot gesagt hast? Hä? Ja, du kriegst ihn. Du hast Idiot gesagt. Hab ich mehr nicht. Doch, du hast Idiot gesagt. Du hast Idiot gesagt. Oh, Idiot. Hört euch an, aber Idiot gesagt hat er nicht. Schreibt es in die Kommentare, wo er es gesagt hat. Wenn dann mal mancher mit anderen Spieler. Was sagen sie dann alle? Ich habe mich ganz schön in der Nacht gerade den Wurt gesagt. Doch, hast du? Ich würde mir Gedanken machen. Trotz der Gedächtnis, ne? Das ist auch nicht das Beste. Das haben wir alle. Kein Gutes auf jeden Fall. Ich vergesse auch immer manchmal, was ich sage. Ich bin zwar schnell was am Lernen, aber das kann ich nicht gut schnell behalten. Was? Ja. Das habe ich gerade null verstanden. Akustik und so. Und sinngemäß. Ja, Sinn, glaube ich, dass ich sowieso gerade nicht gemacht habe. Glaube ich auch nicht, ne? Naja. Wann spielt es eigentlich deine Prizes? Kommt woher an. Das ist eigentlich geplant. Ich habe auch gerne geguckt als Let's Play auf jeden Fall. Ich habe es nie selber gespielt. Vielleicht musst du auch selber gucken. Den ersten? Habe ich den ersten Teil gespielt? Doch, letztlich einen 1. Habe ich auf jeden Fall mal einen Teil gespielt. Ja, doch angezockt habe ich es mal. Da hatte ich zu viel Angst vor. Da bin ich in einer Szene. Da kann ich mich genau dran erinnern. Das war es glaube ich das erste Mal, dass ich mich im Playstation-Biel so richtig erschreckt habe. Bei mir war das die Stelle mit dem T-Rex. Wo der durchs Gebäude oder so kommt. Bei mir waren das keine T-Rex. Bei mir war das auch nicht in einem Gebäude. Ich glaube so in einem Schuhmaube oder so. Oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind dann so zwei Raptoren durch wie Fensterscheiben gesprungen. Na, ich habe das aber im Podium-View geguckt, also zugeguckt. Ja, schön. Du hast mich so geklaut. Vielleicht muss ich gucken, wann ich das aufnehme. Weil seitdem habe ich noch kein Aufnahmeprogramm. Oh, du hast doch dann ein Crabber. Ja, aber ich habe kein Aufnahmeprogramm. Das meine ich. Du hast doch... Nein. Womit hast du das eine Spyro denn aufgenommen? Ne, das Disney-Ding da. Ähm, hat ein Vater irgendwie gemacht. Keine Ahnung. Ja, mit dem Crabber hat er das gemacht. Ja, Magix hat er immer genutzt. Ja, warte ich. Magix ist aber scheiße. Ich kann dir gleich sagen, wie das heißt. Dann kannst du es dir runterladen. Das kostet jetzt. Was denn? Aufnahmeprogramm. Welches? Warte, kann ich dir gleich sagen. Dennis, dein Controller ist sehr nah am Mikrofon. Man hört immer, wie du klickst. Und? Marien! Nein! Warum ist das so? Ja, man hört immer so... Es war egal. Nein. Hey, was ist denn hier? Ich habe ein Schlimmeres. Ich habe ja Stefan am Ball gefahren. Das ist... Dass man zum Beispiel nicht sich informieren kann, wie man selber Let's Plays macht. Nein. Das ist der gute Dennis, der Ihnen alles erklären muss. Ja, aber man fährt keiner von euch. Warum für... Ja, dafür soll ich mich. Du bliebst aufstehen. Warum Stefan nicht wird, weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht, weil die aufgegeben haben oder so. Ja, einer steht hier rum nur. Nee, weil ich mich gerade gefragt habe, was ihr die ganze Zeit... Ups. Sorry. Mit eurem Aufnahmeprogramm für Probleme habt. Ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen. Ja, für einen PC, oder? Ja. Für eine Konsole. Für was jetzt? Dino-Coirs. Dino-Coirs. Aber ja. Dino-Coirs. Es heißt nämlich Dino. Da steht Dino. Ich bin nicht in Amerika. Ich bin ein Deutscher. Ich heißt Dino. Für einen PC, oder was? Nee. PS1. Aber du spielst am PC. Nee, weil du PS2. Ja. Ja. Wie sich das ändert. Hä? Ja gut, aber der kann mit... Kann... Kann... Quippa. Nein, das sind Quippa. Vernünftige Sitze, bitte. Auf Quippa. Also, du möchtest ein PlayStation 2 Spiel an der PlayStation 2 auf... Eins. Eins auf der Zweier. Eins Spiel auf der PlayStation 2 aufnehmen. Ja. Ist das korrekt? Ja. Und dafür hast du einen Grabber? Ja. Also quasi eine Game Capture? Ja. Und wo ist jetzt dein Problem? Äh, die Game Capture nenne ich von alleine auch. Das ist so eine altmodische... Frag doch mal deinen Vater, der hat das auch gemacht. Stimmt, ja. Der wird schon wissen, wie das geht. Okay. Sind wir 250. Ja, bist du sicher, dass wir diese Session nicht aufsteigen noch? Diese Session sowieso nicht. Ja, weil es ist die letzte Folge für die Session. Richtig. 990 Punkte, warte? Warte? Ja, eben. Wir müssen den Kevin ablenken, dann kann er besser spielen. Möchtest du jetzt erst, oder was? Weil damit ich meistens nehme ich leise und konzentriere mich aufs Spiel. Mach doch einen auf Elefanten, Stefan. Dann hast du nicht mal dieses... Oder wie dein Vater, Dennis. Ja. Das ist immer so, ne? Am Anfang eines... Einer Partie. Ich habe... Hallo. Ich habe einen... ...verlänger zu stark. Ja. Ja, einer ist Interstellar 97. Ja, der ist halt ein Interstellar-Fan vielleicht. Und, und, und. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was, Leute? Geht mit dir? Keine Ahnung. Warum hast du nicht die ganze Zeit so gespielt? Ja, ja, wir haben letztens nicht diskutiert, ne? Ja, das stimmt. Okay, ich war ja jetzt nicht großartig beteiligt am Tor. Ja, ja. Da frage ich einfach morgen meinen Vater mal. Wenn der das gemacht hat, dann wird er das schon wissen, wie er das gemacht hat. Ja, der hat da nur, aber nur den Sun-Off genommen vom Flieger, ne? Ja. Du musst doch mit Team-Speak dann, äh... Ja, die Team-Speak-Aufnahme weißt du doch, wie das geht. Äh, nein. Ja, dann, äh, kann ich dir das gleich aufsagen. Wir sollten jetzt außerhalb der Aufnahme besprechen. Genau. Ja. Bisschen peinlich, ne? Ja. Ich irgendwie schon. Warum ich nur so eingetragen habe, nur den Sun-Off, von daher. Ja, also, ich kann ja nur nicht alles machen, wenn ich den Bereich kenne. Du weißt, deswegen will ich das auch lernen jetzt gerade, ne? Merkst du das? Ja, da gibt's ja auch immer Google manchmal, ne? Ja, da gibt's ja auch immer die auf uns. Ja. Manchmal fragst du das zweimal oder so. Aber das ist auch nicht schlimm. Auch wenn du das zum Aufnehmen am PC für normale Spiele nix besseres wie DxTory oder Fraps. Eher noch DxTory. Ja, ich find was besseres als Fraps. DxTory um... Ja, DxTory weiß ich nicht, aber besser als Fraps auf jeden Fall. Ja, DxTory ist auf jeden Fall besser als Fraps. Und das, was ich kenne, ist auch besser als Fraps. Oder was ich benutze am PC. Was denn? Bandicam? Nein. Bandicam. Ja, was denn? Oh, ey. MSI... Ja, wenn ich nicht. Ja, warte mal. Ich muss grad gucken. Wo ist denn das hier? Meinst du das so ähnlich wie Shadowplay von NVIDIA? MSI heißt das. MSI Afterburner. Ja, also so wie Shadowplay von NVIDIA. Weiß ich nicht. Ja, ist so. Wahrscheinlich. Das war ein Aufnahmprogramm von der Grafikkarte, mehr oder weniger. Ja. Ja, das ist auch noch. Kostenlos und es funktioniert super ohne wirklichen Framesverlust. Oder FPSverlust. Ja, dann hab ich mal Battlefront aufgenommen. Aber... Ich stehe dann doch lieber auf DxTory. Ja, aber für den Kevin reicht das schon. Da musst du nur F8 drücken. Du musst immer... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Bei DxTory musst du noch einen Videocodac und sowas installieren. Ja. Ups. Na, aber für Sonderm Film, das find ich gut. Ah, da kommt der Angesprung. Ups. Leute, wie findet ihr eigentlich schon so eine Community, die wahrscheinlich noch nicht zusammen gemacht hat? Hä? Was war das denn jetzt? Ja, was denn? Jetzt wird Kram. Nein, diese Geräusche, die... Das war Gehwinderung. Ich weiß gar nicht. Ja, der war sich Stefan. Ich weiß auch nicht. Ja, klar. Ohne Scheiße, ich war es wirklich nicht. Einer von euch muss es ja gewesen sein, wenn ich am Reden war. Also ich war es definitiv nicht. Kevin war es dann. Nein. Ich weiß. Ja, weil er mir das gemacht hat. Das warst du. Warum sagst du, ich wäre das? Oder Stefan wäre das, wenn du es warst? Ich war das gar nicht. Aber einer von euch muss es gewesen sein. Ja, vielleicht warst du es. Ich war doch am Reden. Ah, verdammt. Trotzdem kann man dann Geräusche machen. So, so halb wieder hier und dann... Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Naja. Egal. Aber Kevin, brauchst du denn hauptsächlich dann Spiele am PC aufnehmen oder mehr auf Konsolen? Konsole. Alter, was hat die alles für Konsolen aufnehmen? Eine Spicer. Eine ist einfacher. Ja, es gibt halt viele gute Spiele auf Konsolen, ne? Gibt es gute, ja, alle Spiele dieser von Konsolen gibt es auch für den PC. Nein. Doch. Nicht alle. Meist nicht. Gute wie alle. Ja, aber nicht alle. Ah, Stefan. Was denn, ich hab den Ball gehalten. Der hat mich voll ins Tor gedrückt. Ja, um den Ball zu halten. Ja. Der Fakt, dass ich den Ball gehalten hab, gibt mir recht. Und ich hab davor gehalten, also. Dennis, du musst auch eine Parade machen. Was war das denn? Ich muss gar nichts machen, aber ich hab schon eine Vorlage, das reicht, ne? Ich hab drei Tore. Und ich hab eins. Okay, ich hab eine Vorlage. Stefan, du bist gar nicht zwischen dem Spiel zu rennen. Ich hab zwei mal. Ich glaube, ich installiere mir gleich nochmal Mass Effect. Oder Mass Effect, besser gesagt. Und dann? Dann würde ich es spielen, einfach so. Du könntest es ja let's playen. Was? Das sagtest du schon. Ja. Wenn ich im Moment Zeit dazu finden würde, ein neues Projekt anzufangen, würde ich das auch tun. Ja, aber nach der Prüfung müsstest du es ja Zeit haben, inzwischen. Dann ja. Das stimmt. Kevin ist mal wieder schweigsam. Ja, ich kann so drehen, ich kann so drehen. Keine Fischstäbchen, die sind auch immer schweigsam. Wie ein Fisch. Stäbchen. Kevin, magst du Fischstäbchen? Ja. Nimmst du sie auch in den Mund? Nur zum Essen. Ja, das stimmt ja. Dann ist das ein Schüler Fisch. Und weil das weibliche Fische sind? Genau. Weiß man ja nicht. Außer man, sonst sind das so Fischreste. Dann sind es doch ein Fischstäbchen. G-Mail-Fische. Fische. Pass auf. Nein. Okay, du musst zwei Tore schießen in zwei Minuten, in zwölf Sekunden. Das ist möglich, ja. Ich mach dir auch noch die Vorlage. Ich weiß auch gar nicht, wo Stefan sind. Ich hab mir gerade im Ohr gekratzt. Ah, okay. Eier. Ah, Eier. Mo. Da hielt dir deine Eier und deine Fischreste im Mund. Vorsicht. Dennis, magst du Fischstäbchen? Nein. Wer kennt das noch jetzt? Nein, wirklich nicht. Wer mag denn keine Fischstäbchen? Jeder mag Fischstäbchen. Nein, eigentlich nicht. Also ich hab sie hier seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Ewigkeiten. Also damals haben sie mir nicht geschmeckt. Naja, Leute, das war es auch wieder für diesen Part. Das ist ein Junge. Dann essen wir es. Dann macht ihr Fischstäbchen. Nee, du spielst den in den Mund. Nee, ist zu spät. Warum? Fischstäbchen ist es nie zu spät für Fischstäbchen. How gay ist der Fisch? Nein, ist zu spät. How gay ist der Fisch, oder was? How much is the Fisch? How much is the Fisch? 1,99. Äh, tschüss, Leute. Bevor du jetzt genauer bist. It's nice to be important, but it's more important to be nice.